Ui, zugegeben, das hat was also. Diese Historie, wir kämpfen ab. Okay, das sieht nach modernen Iron Spider Outfit aus. Und das sieht, keine Ahnung, nach was aus. Aber da gut. Ey, schick und schnieke. Okay, A ohne Namen ist gleich nebenan. Passwort ist los, lass mich rein, du Idiot. Sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Okay, ich wäre dafür, das Passwort mal auf der Arbeit zu finden. Dank Kneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Irgendwer hier muss wissen, was Hammerhead plant. Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Okay, ich laufe nicht den Gegner hinein. Zählt das schon als Reinlaufen? Uh. So ist dein Deck, ja. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Hm. Ganz schön hohe Erwartungen an die Gäste hier. Ja, aber ich gebe meine Waffen nicht ab. Es tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln, Sir. Okay, Spideybot, lass mal... Der arme Magia-Mann, der das reparieren muss. Okay. Aber ich will das nicht. Ich verstehe Ihren Unmut. Aber leider dürfen Sie die Waffen nicht ab. Ganz schön laut hier drin. Ich sollte die Gespräche nach Magia und Hammerhead filtern. Und jetzt das Gespräch isolieren. Ah. Nein. Nein. Perfekt. Mal hören, was diese Gentlemen zu sagen haben. Gut, dass wir nicht mehr bei der Magia sind. Hammerhead ist die Zukunft dieser Stadt. Findest du es nicht ein bisschen schräg? Was? Naja, was er macht. Mit sich selbst. Projekt Olympus. Das ist unnatürlich. Ach. Und ein Tribal-Tattoo ist natürlich? Das ist nicht dasselbe. Okay. Ich stelle nicht gern Vermutungen an. Aber ich glaube, hier sind nicht allzu viele geistige Überflüger versammelt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja noch welche. Trinken wir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Oh, echt? Du siehst dir ein Spiel an? Nein, nein. Ich meine, ich hab Baseball. In echt jetzt. Wir sind ziemlich gut. Ernsthaft? Ich schwör's von deiner Mutter. Wir gewinnen immer. Ha. Ah, hier gibt's ja sowieso kein gutes Bier vom Fasselherr. Ich muss sagen, das hier hat was. Blue Whale ist fertig. Bitte abholen. Der Bloody Stubb ist fertig. Wer wollt ihr denn Bloody Stubb? Langweilig. Ein Bier, ein kurzer Anderbar. Okay, das will ich uns sicher. Gute Frage, nächste Frage. Zeit zu lauschen. Einer von den Kerlen hier muss wissen, was Hammerhead vorhat. Wer wirkt hier am dubiosesten? Scheiße! Falsche Taste gekriegt. Ah! Wett. Jetzt war nichts. Ja, wir stimmen diese Leer. Ein Bier, ein kurzer Anderbar. Ah! Verrückt? Die Magia-Dons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's. So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Magia. Hehe, dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Magia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Ah, perfekt. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Das hört mir auch hinkriegen. He started crying, which made me just laugh even harder, you know? He's just crying there, blubbering like a baby. Always. Yeah, yeah, it was awesome. Ah! Hey, der Angriff auf die Magia-Dons. Wo soll das losgehen? Hast du einen Treffpunkt? Nee, der Neue sagt, er weiß es. Hammerhead hat's ihm erzählt, sagt er. Und seit wann weiß ein neuer Typ mehr als wir? Dem werd ich's zeigen. Ich hoffe wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ. Du schaffst das. Ich muss dann ihre Stimmen isolieren. Okay. Ah. Hey, du sollst wissen, wo die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, äh... Ich weiß es nicht. Na los, neuer Typ. Ich wusste es. Blödes Großmaul. Aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten. Und verraten es niemandem. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Halt bloß die Klappe, neuer. Winnie und Gino, hä? Ich muss herausfinden, was sie wissen. Die Tür bei den Flippern führt nach hinten. Ich muss sie nur aufkriegen. Ja. Du wolltest mich verarschen, oder? Da soll ich jetzt rüber. Ja, vielleicht ein Tür öffnen. Lala. Na, was für ein Drecksloch. Dino! Gino? Nein! Dino! Oh, schon dabei! Ja? Entschuldigung, ich komme. Ich versuche mein Glück. Die Sicherung. Hey, was ist denn hier los? Winnie und Gino. Spielten Pläne. Eine Karte von Hammerheads Geschäften? Die muss ich mir näher ansehen. Neben der Brennerei und der Werkstatt druckt Hammerhead schon seit Jahren Geld. Wortwörtlich. So. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich MJ an. Diese Standorte sind für ihren Artikel über Kriminalität bestimmt interessant. Na, natürlich. Okay, weiter. Ich muss zu Winnie und Gino herausfinden, wo die Magiadons sind. Na, tü- La, 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 la. Hey, hast du von dieser Projekt Olympus Sache gehört? Hab's gehört. Gefällt mir nicht. Könnte interessant sein. Könnte einen umbringen. Projekt Olympus? Warum höre ich das ständig? Okay, ich sag's. Was wichtig ist. Okay. Ich trinke das Bier hier auch, wenn's scheiße schmeckt. Aber echt. Und dann muss ich pissen, ja? Andauernd. Und was meinst du, ist mein Problem? Die Klos sind immer kaputt. Die verdammten Klos sind immer kaputt. Und dann noch dieses riesige Loch in der Wand. Das sieht echt nicht besonders gut aus. Stimmt schon. Oh ja, der guckt mir zu böse. Ja, so hatte ich mir das als Superhead vorgestellt. Ich werde Spiderbot nachher gründlich desinfizieren müssen. Oder lieber sterilisieren oder einfach sprengen. Mhm. Winnie und Gino nehme ich an. Sie wissen, was Hammerhead plant. Da liegen Notizen auf dem Tisch. Also das lässt sich schon gut verteidigt. Aber sicher von außen. Diese Magiadons haben keine Ahnung, was Hammerhead für sie geplant hat. Sie werden echt überrascht sein. Das versteck der Magiadons steht in den Notizen. Ich muss die Glimmer Twins ablenken. Wie bei einem Geburtstag. Nur in Traum. Also wie der erste Schulter. Ja, ja, das kommt hin. Ein Radio. Klassisch. Verdammt! Das war der eine, jetzt der andere. Die Magia versteckt also alle anderen Dons am selben Ort? Ja, das macht es uns echt einfach. Warum machen die das? Vielleicht was mit dem Licht. Was ist denn hier los? Das ist meine Chance. Siehst du hier was Eklektisches? Was Elektrisches? Sag dich doch. Du sagst es eklektisch, wie meine Tante mit den Blöden Händen. King Charles, sonst was. Ich liebe diese Hunde. Schnauze und reparier das Licht. Hast du das gesehen? Zeit zu verschwinden. Meine Fresse. Ich muss mal in diese neue Pizzeria. Sollte es die Dings. Komm ich da hoch? Ach, da. Bestand. Ja. Blöd, wenn das Licht aus ist. Au. Die Dons verstecken sich im Auerbach-Theater. Ich muss sie noch vor Hammerhead erreichen. Gut gemacht, Spiderbot. Jetzt versteck dich. Ich hol dich später ab. Ich bringe Desinfektionsmittel mit. Shit. Ah. Hey, MJ. Hier ist Pete. Ja, ich hab deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magia-Tarn-Geschäfte schreibst. Ich hab da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von vier Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich hab kein Geld zum Petten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schau mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wär toll. Ich hab ne Deadline. Dann bis bald. Alrighty then. Ja, sieht ja ganz schick aus, aber ich glaub, ich bleib lieber bei Noah. An alle Einheiten. Die Officer beim Hammerhead-Zeugen-Transfer brauchen Verstärkung. Bitte melden. Ein Zeuge, der sich traut, gegen Hammerhead auszusagen? Ich sollte lieber auf ihn aufpassen. Oh yeah. Oh yeah. Okay. 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 Dann mal los! Hey, MJ. Ich bin in einer Kneipe voller Hammerhead-Gangster. Rate mal, was sie bewachen. Vermutlich mehr als eine abgelaufene Schank-Lizenz. Vielleicht findest du was, das uns mehr über diese Operation verrät. 10-4. Spy die Ende. Ich werde es beenden. Über uns! Ja, Kumpels. Ich mach jetzt mal Schläge. Jetzt bist du dran! Wie hat er das gemacht? Da oben! Er schießt euch gegenseitig. Das hilft mir. Runter! Ich bring dir Respekt bei. Ja. Habt ihr das gesehen? Wir werden ja sehen, wie ihr Respekt bricht. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Bus... Du lebens mit keine Späßchen mehr! Erledigen wir den Freak! Muss man hier Eintritt zahlen? Ich bin gerade etwas klamm. Kriege ich Rabatt? Wow! Du bist ein toter Mann! Ach, nee, schon wieder so hin. Wir werden dein Gesicht einschlagen! Wir werden dein Gesicht einschlagen! Du bist back! Ich brech dir den Kiefer! Du bist zum Glück schnell wieder weg! Oh, naja, zwei! Und noch einer, der... So was hat ich! Schön! Ah! Schlechter Taktik mit uns anzulegen! Da oben! Weg mit dir! Halt dich aus unserer Geschäften raus! Wie macht er das? Der Mann schickt Grüße! Ja, merke ich schon! Ah! 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 Da oben! Oh, nee! Noch so einer! So musste man doch früher drinken, oder? Da oben! Hey, Pete! Wollt ihr mich noch melden? Hast du Spaß in dieser absoluten, egalen Kneipe? Wenn du mit Spaß! Die Kugeln von Hammerheads läuten meinst und mit absolut legal! Geldwäsche und illegales Glücksspiel, dann, äh, ja! Na, sowas! Ich melde mich bald wieder! Servi! Los, mit Luschi! Über uns! Jawohl! Einer weniger! Au! Oh, krass! Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das ist nicht deine Liga, Brüder! Er hört sich da abzuspringen! Das war's! Ja! Er stört euch noch gegen mich! Ja! Er stört euch noch gegen mich! Er stört euch noch gegen mich! Oh, krass! Oh, krass! Er tritt euch noch gegen mich! Er tritt euch noch gegen mich! Er tritt euch noch gegen mich! Nee! Ah, shit!